Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Es ist jetzt irgendwas zwischen 12 Uhr. Wie ihr seht, habe ich mich schön eingemummelt. Es ist rattenkalt. Drei Grad draußen, obwohl die Sonne scheint. Und wir machen uns jetzt mal los. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 So, das ist das berühmte Eisloch, von dem ich schon mal erzählt hatte, wo ich gerne mal hin wollte. Das ist der schwarze Balken, den man denn sieht. Das ganze Gelände ist also eingezäumt. Man kann da leider Gottes nicht drauf, was mich extrem ärgert. Musik Der hinten steht ein Häuschen, das hat ein bisschen was von Schweden. Mal versuchen, die Hams zu kommen. Und dann wird es weg. Schau. Musik 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 Halt weg, ehrlich gesagt, auch in Ordnung. Das ist ein bisschen komisch, was da so stecken kann. Ich weiß nicht, was noch gespürt ist. Ich weiß nicht, was noch nicht schön ist. Ich weiß nicht, was bei der Besorte. Ich weiß nicht, was ich bin. Musik Das zweite Eisloch ist nicht schön, sind auch abgesichert. Musik Musik Ist das ein Rhythmusspiel? Musik 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 Ich habe nämlich ein paar Fotos von meinen Entwicklungsseiten gemacht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich würde mich auf den Müller gehen lassen. Jaaa Es sollte ja eigentlich Lautwetterbericht Fünf, nein, wie verrückt war er uns. Auch in Mattenburg. Jetzt habe ich heute Morgen vom Fufa den Forrest gesehen. Hilbidi, kennt der eine oder andere. Bei dem Schneiz. Er hat ein Video reingestellt. Verlinkt das nachher auch mal. Der erste Schnee im Schwarzwald. Wunderschönes Video. Ihr müsst euch angucken. Ich quatsche manchmal zu viel, oder? Ich muss euch später auch mal ein Video machen. Ich habe ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Für meine Spaziergänge. Zwei neue treue Begleiter. Für mein ICD-Gear, wie es so schön heißt. Mache ich mal ein extra Video dazu. Wenn es interessiert, meine ich. So. Jetzt ist die Frage, wo geht es hier hin? Weil ich mich hier überhaupt nicht auskenne. Ich glaube, geht es so lang. Ich sag nichts dazu, oder? Könnte eine Szene aus Herr der Ringe sein. Also weg ist mir jetzt auch völlig unbekannt und blöd wie ich bin, habe ich natürlich vorher nicht auf die Karte geguckt, ich habe auch keine mitgenommen. Also falls jemand dieses Video sehen sollte, könnt ihr mich aber daran erinnern, eine Stadtkarte in meine Tasche einzustecken, weil dieses Handy zwar toll filmen kann und mein Geschnaufe aufnimmt, aber kein Guthaben hat. Das heißt, ich kann googeln und das nicht aufrufen. Wunderschön, ich war hier noch nie. Ich denke, ich werde da vorne umgehen und den zwei Wanderern erfolgen. Dann müsste ich vorne ein Tor vom Schwimmbad rauskommen, wo man nicht rein darf. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie sie es vermisst habe. Ganze Woche nur Hetze, Stress, schlechte Nachrichten. Jetzt sollte ich mich damit belasten. Ich verquatsche ja schon die Ohren genug früh. Oh, da war was ein Kennzeichen hier. Also hier wohnen müsste ich auch nicht unbedingt. Ich meine, okay. Aus dem Feld. Man könnte... in Ruhe Bogenschießen trainieren. Die Kinder können auf den Fällern rumtouren. Aber das mit der Autowahn. Das geht doch mal gar nicht. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Da bin ich, okay? Muss aber schön geschüttet haben die Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Wahnsinn. 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 Ein Wahnsinn.